Schranken, seien sie körperlich oder anderweitig, wenn sie selbst auferlegt werden, durchdringen unweigerlich die Bemühungen und das Wesen eines Menschen, das Universum kennt keine Grenzen, stattdessen bietet es Terrassen, die man überschreiten muss Bruce Lee. Inmitten der atemberaubenden Leistungen und des legendären Status gibt es ein Phänomen, das weltweit die Gemüter fasziniert hat, die Verbreitung von um in rund um Bruce Lee, einer der engen Freunde von Bruce Lee ist Chuck Norris, beide sind Symbole der Welt der Kampfkunst, aber völlig unterschiedlich in ihren Kampfstilen. Sicherlich werden die Fans nicht den legendären Kampf in Way of the Dragon von Golden Harvest vergessen, die Rolle, die Chuck Norris berühmt gemacht hat jetzt. Im Alter von 84 Jahren hat Norris äußerst offene Gedanken über seinen engen Freund geteilt. Chuck Norris, Colt ist ein Krieger, der geschickt wurde, um Bruce Lees Charakter in einem epischen Eins-gegen-eins-Kampf im Kolosseum in Rom zu konfrontieren. Ihr fast zehnminütiger Kampf, bei dem Bruce Lee und Chuck Norris bei einigen ihrer Schläge tatsächlich echten Kontakt hatten, gilt als eine der spannendsten und aufwendig choreografierten Kampfsszenen in der Geschichte des Martial-Arts-Genres, Der Chuck Norris, Colt der Bösewicht ist, endet der Kampf mit einem Sieg von Lee. Die Popularität des Kampfes zwischen Chuck Norris und Bruce Lee und die Reputationen beider Schauspieler führen oft zu Theorien darüber, ob sie sich jemals im echten Leben bekämpft haben sowie darüber, wer gewonnen hat. Dies ist auch eine Frage, die Chuck Norris in Interviews über seine Beziehung zu Lee oft gestellt wird. Die beiden trafen sich 1968 bei einem Karate-Turnier und wurden Freunde über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren trainierten Lee und Norris zusammen in Norris, Hinterhof. Nach Norris umfasste ihr gemeinsames Training nie einen tatsächlichen Kampf, aber er hat zuvor zugegeben, dass es während ihres Trainings zu einigen Kämpfen gekommen sei. Der Star von Walker, Texas Ranger Norris vermiet es ins Detail zu gehen, was während dieser Sparring-Sessions passierte und sagte, dass es nicht so weit ging, dass man es einen tatsächlichen Kampf nennen könnte. Was Norris wenig sagte war, dass Kämpfen nicht das sei, was ein Kämpfer wolle, wenn man Way of the Dragon drehe. Es wurde lange gemunkelt, dass Bruce Lee und Chuck Norris tatsächlich irgendwo einen geheimen Kampf hatten, aber das könnte basierend auf dem, was Norris gesagt hat, nie passiert sein. Trotzdem halten sich diese Gerüchte bis heute und bleiben unbestätigt. Überraschungen im Zusammenhang mit Bruce Lee gibt es jedoch immer noch in seiner Karriere, wussten sie, dass der Beiname Bruce Lee für die Mehrheit mit Freude gleichbedeutend ist. Lies anhaltende Anziehungskraft als Ikone wird seinem sprudelnden Charakter und seinem beispiellosen Engagement für seine Berufung. Zugeschrieben ein Leuchtfeuer der Entschlossenheit ist Lies' Odyssee ein Zeugnis für die Kapazität des menschlichen Geistes und die Widerstandsfähigkeit des Verstandes. Der sich durch die Schlachten des Lebens kämpft, um seine Wünsche zu erlangen. Während der Produktion von Enter the Dragon war Lies' Geschwindigkeit so groß, dass Sequenzen in einem verlangsamten Tempo nachgedreht werden mussten, um seine Fähigkeiten angemessen zu dokumentieren. Haben Sie jemals einen Bruce Lee-Film gesehen und das Gefühl gehabt, dass die englischen Synchronisationen über verschiedene Charaktere hinweg seltsam vertraut erschienen? Nun raten Sie mal, oft genug war diese Stimme, die durch die Action-Halte niemand anders als Bruce Lee selbst überraschend nicht wahrlieh. Lieh seinen englischsprachigen Charakteren in seinen Filmen seine Stimme und verlieh ihnen so eine Note seiner charismatischen Energie. Es gab jedoch ein paar Ausnahmen von dieser Praxis. Erinnern Sie sich an Chuck Norris, Charakter ja, das war alles Chuck, denn nun ja, er ist Chuck Norris. Lassen Sie uns nun einen Schritt zurücktreten und Bruce Lees Wurzeln betrachten, die ebenso faszinierend sind wie seine Bildschirmpersönlichkeit. Entgegen der Überzeugung, dass er vollständig Chinese war, war Bruce Lees Herkunft ein lebendiges Gemälde aus Kulturen, sein Großvater mütterlicherseits war Brite. Was Bruce zu einem Teil eurer Seer machte, wenn wir von seiner Mutter Grace Ho sprechen, ist ihre Herkunft ein bisschen ein Rätsel als Adoptivkind in ihre Familie aufgenommen. War die Abstammung von Grace Gegenstand verschiedener Berichte, die ein komplexes Bild von Bruce Lees Vorfahren zeichnen. Bruce's gemischte Herkunft spielte eine bedeutende Rolle in seinem Leben, insbesondere wenn es um sein Training in den Kampfkünsten ging. Sie sehen, damals konnte das Vorhandensein von nicht chinesischem Blut ein Hindernis für den Eintritt in die Welt des traditionellen Kung-Fu sein. Viele der führenden Schulen in ganz China waren für Bruce tabu nicht wegen eines Mangels an Talent, sondern wegen seiner gemischten Abstammung. Diese Ausgrenzung hat ihn jedoch nicht abgeschreckt. Stattdessen befeuerte sie seinen Entschluss, die Kampfkünste zu beherrschen und führte ihn dazu, Yit Kune Do zu entwickeln, einen revolutionären Ansatz, der die Anpassungsfähigkeit und persönlichen Ausdruck über starre Formen betonte. Die Geschichte von Bruce Lee handelt nicht nur von den Herausforderungen, denen er gegenüberstand, sie ist ein Zeugnis seines unbeugsamen Geistes und seiner Suche danach barrieren sowohl in der Welt der Kampfkünste als auch darüber hinaus zu überwinden, seine Filme taten mehr als unterhalten. Sie brachen kulturelle Stereotypen und zeigten der Weltöffentlichkeit die Tiefe der chinesischen Kampfkunst abseits der Leinwand war sein Leben eine Brücke zwischen Ost und West. Eine Verschmelzung von Kulturen, die ihn zu einem Ikone formten, deren Vermächtnis fortbesteht. Stellen sie sich vor, so leidenschaftlich für etwas zu sein, dass keine Ablehnung oder Diskriminierung ihren Geist abschrecken könnte, das war Bruce Lee für sie trotz des Widerstands von Schülern, die sich weigerten mit ihm zu trainieren, weil er gemischter Abstammung war, ließ sich Bruce davon nicht entmutigen. Stattdessen wandte er sich zwei Stützpfeilern zu, Ip Man und Wong Shan Loing durch privates Training unter diesen Meistern der Kampfkünste verfeinerte Bruce nicht nur seine Fähigkeiten, sondern entwickelte auch die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, die seine gesamte Karriere prägen sollten. Wussten sie, dass Bruce Lees Flair für Dramatik und Kunst ihm in die Wiege gelegt wurde, sein Vater war ein Superstar in der Opernwelt und begeisterte das Publikum in den Vereinigten Staaten, insbesondere innerhalb der lebendigen chinesischen Gemeinschaften, seine Mutter brachte ihrerseits einen Hauch von Adel in die Familie, stammte sie doch aus dem mächtigen Hotung-Clan. Diese Verschmelzung von künstlerischem Talent und einer privilegierten Erziehung legte den Grundstein für Bruce, facettenreiches Genie. Nun lassen Sie uns über einen Film sprechen, der im Wesentlichen Bruce Lees Liebeserklärung an die Kampfkünste war. Way of the Dragon Als ich sage Bruce habe alles für diesen Film gemacht, meine ich alles von der Regie über das Schreiben und die Hauptrolle bis hin zur Besetzung, Choreografie und sogar der Garderobe Bruce Lee war das Herz und die Seele dieses filmischen Meisterwerks, es ist kein Wunder. Dass der Film oft als der eigene kleine Drache des kleinen Drachen bezeichnet, wird ein Zeugnis von Bruce, unbezwingbarem Geist und seiner Kreativität. In einer Wendung, die im Rückblick fast komisch erscheint, grünnte die Presse von Hongkong einst Bruce Lee zum schlechtest gekleideten Schauspieler des Jahres. Warum, fragen Sie nun? Es stellte sich heraus, dass seine Vorliebe für aufwendige Seidenanzüge nicht unbedingt den Modekritikern der Zeit zusagte. Aber hier ist der Clou. Wir finden es absolut super in einer Welt, in der Konformität oft die Kreativität übertrifft, waren Bruce Lee sartoriale Entscheidungen eine willkommene Abwechslung. Seine Seidenanzüge waren nicht nur Kleidung, sie waren eine Aussage, eine Erklärung der Individualität des Selbstvertrauens und der Weigerung in der Masse unterzugehen. Im Rückblick haben diese Kritiker vielleicht den Punkt verpasst, Bruce Lee ging es nicht nur um körperliche Stärke. Es ging darum, die eigene einzigartige Identität zu umarmen Seidenanzüge und alles. Bevor die Welt ihn als Dynamit in den Kampfkünsten kannte, war Bruce Lee's erster Mentor niemand geringerer als sein eigener Vater. Im Wo-Familien-Stil des Tai-Chi-CHOan ausgebildet war sein Vater. Sein erster Ausflug in die Welt der Kampfkünste dieses frühe Training legte nicht nur den Grundstein. Für Bruce ist physische Disziplin, sondern vermittelte ihm auch ein Gefühl der Verbundenheit mit seiner Herkunft und den Familientraditionen. Es ist ein ergreifender Hinweis darauf, dass manchmal die tiefgreifendsten Einflüsse auf unser Leben von denjenigen kommen, die uns am nächsten stehen. Geboren im lebendigen Chinatown von San Francisco im Jahr 1940 hatte Bruce Lee's Lebensgeschichte von Anfang an einen internationalen Flair. Er trotz seiner Synonymität mit Hongkong und seiner Film- und Kampfkunstkultur waren seine Wurzeln fest in den Vereinigten Staaten verwurzelt nur. Drei Monate nach seiner Geburt kehrte er mit seinen Eltern nach Hongkong zurück und bereitete damit den Weg für ein Leben. Dass Kulturen und Kontinente überbrücken würde und letztendlich Millionen auf der ganzen Welt beeinflussen würde, dieses bikulturelle Erbe spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Bruce Lee zu der Ikone, die er werden sollte und vermischte das Beste aus Ost und West in seiner Philosophie den Kampfkünsten und seinem Lebenstil. Als Bruce Lee als Lee-June-Fan in die Welt trat, war sein Name eine Prophezeiung, eine Hoffnung, die in der Umarmung der Intuition seiner Mutter eingehüllt war. Kehre wieder glaubte sie und prophezeite eine Zukunft, in der ihr Sohn Ozeane und Kulturen überqueren würde. Interessanterweise war es das. Schnelle Denken eines bei seiner Geburt anwesenden Arztes der Bruce in den Sprachgebrauch der Welt einführte ein Name. Der zu einer Synonym für Meisterschaft in den Kampfkünsten und filmische Brillanz werden sollte, diese Verschmelzung von östlichen Wurzeln mit einem westlichen Touch deutete auf ein Leben hin, das Kontinente und Kulturen überbrücken würde und formte nicht nur sein Schicksal, sondern auch das Verständnis, der Welt von den Kampfkünsten. In einer zarten Anspielung auf Tradition und den schützenden Instinkt einer Mutter wurde Bruce Lee zunächst Seifung genannt, kleiner Phönix, diese Wahl, tief verwurzelt im Aberglauben, sollte das Neugeborene vor bösartigen Geistern schützen und seine Stärke mit der Sanftheit eines weiblichen Namens umhüllen. Diese Schicht seiner Identität unterstreicht die Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit, ein Thema, das sich durch sein ganzes Leben und seine Karriere ziehen würde. Bruce Lees Reise durch die Namen endete nicht bei Lee June Fan oder dem anglisierten Bruce Irr war auch als Lee Ewan kam bekannt, ein Familienname, der ihn mit seiner Abstammung verbannt und als Lee Yoon kam ein Name, den er während seiner Studienzeit am Lasalle College annahm, aber vielleicht war der emblematischste seiner Namen Lee Siu-Lung oder kleiner Drache dieser Name, den ihm seine Schwester verlieh um seine Geburt in der Stunde und im Jahr des Drachen zu würdigen, verkörperte seinen Geist. Seine Energie und die feurige Essenz seines Seins kleiner Drache war mehr als nur ein Spitzname, es war eine Vorwegnahme des Vermächtnisses von Bruce Lee ein Name der Stärke Agilität und einen unbeugsamen Geist symbolisieren sollte. Der Name Lee Siu-Lung oder kleiner Drache überstieg Bruce Lees persönliche Geschichte und wurde zu einem Symbol seiner Leinwandpersönlichkeit und seiner Kampfkunstphilosophie. Er spiegelte seinen dynamischen Ansatz zum Leben wieder ständig im Wandel leidenschaftlich und tief beeinflussend in Little. Dragon hinterließ Bruce Lee nicht nur einen unauslöschlichen Eindruck auf dem Gebiet des Kinos und der Kampfkunst, sondern auch im kulturellen Zeitgeist der Generationen inspirierte. Ihre Leidenschaften mit unerbittlicher Entschlossenheit und grenzenloser Kreativität zu verfolgen. Zurück im Jahr 1958, der junge Bruce Lee, noch in der Higgs-Schul, betrat mutig den Ring beim Boxturnier für Schulkinder in Hongkong, und was glauben sie? Er kommt als Sieger hervor und schlägt den amtierenden Champion des Vorjahres K.O. Das ist ein beeindruckendes Debüt. Ein bisschen weiter vorgespult und wir befinden uns mitten in der Geschichte des Films. Fist of Fury katapultiert Bruce Lee in den Sternenhimmel. In nur vier Wochen bricht dieses Meisterwerk chinesische Kassenrekorde und hinterlässt ein staunendes Publikum. Noch erstaunlicher? Die Tatsache, dass dies alles mit einem Minimalbudget von nur 100,000 Dollar erreicht wurde, das nenne ich eine herausragende Leistung. Nun, lassen Sie uns ein wenig zurückgehen zu Bruce Lees bescheidenen Anfängen in den Vereinigten Staaten. Sein erster Job? Ein Live-in-Kellner im allerersten Restaurant von Ruby Chow in Seattle. Hier beginnt er, seinen Weg zu bahnen, indem er seine Kampfkunstfertigkeiten mit einem unbestreitbaren Arbeitsethos verbindet. Wussten Sie, dass sogar der legendäre Bruce Lee die heiligen Hallen der Akademie betreten hat? Genau. Er schrieb sich an der University of Washington ein und legte damit den Grundstein für seinen akademischen Weg. Während er später Geschichten über ein Philosophiestudium erzählen würde, verfolgte er tatsächlich Schauspielerei. Aber hey, wir können ihm nicht verübeln. Bruce Lee eröffnete, angetrieben von Leidenschaft und Entschlossenheit, seine allererste Kampfkunstschule in Seattle. Wie heißt sie? Das Lee Jun Fan Gong Fu Institute übersetzt sich zu nichts anderem als Bruce Lees Kung Fu, das nenne ich mal, seinen Namen bekannt zu machen, oder? Aber Bruce, Geschichte hört hier nicht auf Nein, mein Herr. Nachdem er die Dinge in Seattle aufgemischt hatte, beschloss er, sein Talent nach Oakland zu bringen. Dort eröffnete er seine zweite Schule und schloss sich niemand anderem als James Jim Lee an, der schnell zu Bruce's Mentor wurde und lassen Sie mich Ihnen sagen, Leute. Bruce zog nicht nur Fliegen an, er zog Studenten im Akkord an. Warum? Weil sein Stil wie nichts war, was jemand je zuvor gesehen hatte. Er war revolutionär. Er war dynamisch und er war zu 100% Bruce Lee. Hier ist jetzt eine kleine Anekdote über Bruce Lee, die Sie vielleicht überrascht. Der Mann war kein Fan von Schwimmbädern. Warum, fragen Sie nun, lassen Sie mich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Als Kind konnte Bruce es nicht lassen, seine Schwester zu necken, indem er sie ein wenig in den Pool stieß. Aber oh hat er den Preis dafür bezahlt. Sie revanchierte sich, indem sie seinen Kopf unter Wasser hielt, was sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben muss und ihm das Versprechen abnahm. Solche Streiche nie wieder zu wiederholen und wissen Sie, was Bruce hielt sein Wort. Nicht nur, dass er sich von Unfug am Pool fernhielt, er ging nach diesem Vorfall nicht einmal mehr in die Nähe eines Schwimmbads. Haben Sie sich jemals gefragt, warum wir im Westen von Kung-Fu statt vom kantonesischen Kung-Fu sprechen? Nun hier ist die Geschichte direkt von der Quelle. Es kommt alles auf James Jim Lee Bruce. Vertrauten Mentor an, als Bruce ihn nach der Abweichung in der Schreibweise fragte, erklärte James einfach, dass er dachte, Kung-Fu würde dem amerikanischen Ohr leichter fallen und wissen Sie, was er hatte recht, schließlich, warum Dinge schwieriger machen, wenn man sie einfacher machen kann, nicht wahr? Nun, hier ist eine überraschende Wendung in der Geschichte von Bruce Lee, die vielleicht ein oder zwei Augenbrauen hochziehen könnte. Trotz seiner unbestreitbaren Fähigkeiten in den Kampfkünsten wurde Bruce für den chinesischen Militärdienst als ungeeignet befunden. Und warum, fragen Sie? Nun, es stellte sich heraus, dass er einen nicht abgestiegenen Hoden hatte, was ihm bequemerweise einen Freifahrtschein für die Musterung einbrachte. Das nennt man Glück im Unglück, oder? Also, meine Herren, haltet euch fest für diese Information. Bei seiner Rückkehr nach Hongkong im zarten Alter von 22 Jahren sah sich Bruce einer unerwarteten Bitte seines Vaters gegenüber, eine Beschneidung zu unterziehen. Nun, das ist nicht gerade euer typisches Gespräch zwischen Vater und Sohn, oder? Aber als der pflichtbewusste Sohn, der er war, willigte Bruce ein und markierte damit ein weiteres unkonventionelles Kapitel in der Geschichte seines Lebens. Nun, lassen Sie uns doch einmal in die romantische Abteilung eintauchen, sollen wir? Als Bruce Lee 1964 mit Linda Emery den Bund fürs Leben schloss, entschieden sie sich für eine bescheidene Feier. Aber hier kommt der Knaller. Die Hochzeit folgte kurz nach einer überraschenden Schwangerschaft. Ja, Sie haben richtig gehört. Es war ein klassischer Fall einer überhasteten Hochzeit, der ihrer Liebesgeschichte eine unerwartete Wendung verlieh. Glauben Sie es oder nicht, es war kein Blockbuster-Film, der die Vereinigten Staaten in die Welt des Kung-Fu einführte. Es war eine Fernsehserie namens The Green Hornet. Und wer war an vorderster Front dieses kulturellen Crosso-Fers? Niemand anders als Bruce Lee selbst, der die ikonische Figur des Cato porträtiert. Da reden wir mal von einem spektakulären Auftritt. Nun, hier ist eine hinter den Kulissen Information, die sie in Ehrfeucht versetzen wird. Während der Dreharbeiten zu The Green Hornet stellten Bruce Lee's blitzschnelle Bewegungen eine einzigartige Herausforderung dar. Er war so unglaublich schnell, dass die Kamera Schwierigkeiten hatte, mitzuhalten, und oft nichts als einen Blur einfing. Stellen Sie sich vor, zu schnell für die Kamera zu sein, das ist es, was ich einen wahren Meister der Kampfkünste nenne. Aber Bruce Lee war nicht nur ein Meister der körperlichen Fähigkeiten, Er war auch ein tiefgründiger Denker mit einem tiefen Verständnis für den Kampf. Das ist der Bereich, in dem Yit Kune Do ins Spiel kommt, übersetzt als der Weg der abwehrenden Faust, war dies Bruce. Persönliche Kampfphilosophie ein dynamischer Ansatz, der Anpassungsfähigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz betonte, mit anderen Worten, es war Bruce Lee in eine Kampfkunstform gegossen. Obwohl Bruce Lee als Ikone der Kampfkünste bekannt ist, endeten seine Talente nicht dort. Oh nein, er war ein wahrer Künstler in jeder Hinsicht des Wortes. Neben seiner Beherrschung des Kampfes probierte Bruce auch in den Bereichen Poesie und Zeichnen aus. Da reden wir mal von einem facettenreichen Genie. Nun hier ist eine wenig bekannte Tatsache über Bruce Lee, die ein Schmunzeln oder zwei hervorrufen könnte. Trotz seiner unübertroffenen Fähigkeiten im Bereich der Kampfkünste war er nicht gerade ein Profi hinter dem Lenkrad. Ja, sie haben richtig gehört. Freunde von Bruce wussten es besser als sich in ein Auto mit ihm am Steuer zu setzen. Und warum das fragen sie nun? Es scheint, dass Bruce's schlechtes Sehvermögen etwas damit zu tun gehabt haben, könnte sagen wir einfach. Seine Talente waren besser für den Dojo als für den Fahrersitz geeignet. Hier ist eine eigenartige Eigenheit über Bruce Lee. Trotz seiner frühen Adoption von Kontaktlinsen und der Mittel sich jede gewünschte Brille leisten zu können, entschied er sich oft dafür, seine altvertrauten zugeklebten Brillen aus seiner Jugend zu tragen. Aber warum, könnten sie sich fragen. Nun es scheint, dass Bruce eine tiefgründige Begründung hinter dieser scheinbar merkwürdigen Wahl hatte, indem er seinen bescheidenen Anfängen treu blieb. Suchte er nach Bodenhaftung und wollte nie die Reise vergessen, die ihn geprägt hatte. Das ist es, was ich nenne, seinen Wurzeln treu bleiben. Sie haben von seinen legendären Siegen im Boxring gehört. Aber wussten Sie, dass Bruce Lee einmal seinen Weg zum Sieg in einem Cha-Cha-Tanzwettbewerb gefunden hat? Genau, meine Damen und Herren. Dieser Meister der Kampfkünste war nicht nur eine Kraft, mit der man im Kampf rechnen musste, er hatte auch ernsthafte Moves auf der Tanzfläche. Nun, hier ist eine faszinierende Einsicht in Bruce Leys Denkweise. Trotz seiner eigenen Meisterschaft in den Kampfkünsten hielt er Muhammad Ali in höchstem Ansehen. Tatsächlich betrachtete Bruce Ali als überlegenen Kämpfer und versank oft darin, Ali's Kämpfe immer wieder anzusehen. Da reden wir mal von einem Schüler des Spiels. In einer überraschenden Wendung stellte sich heraus, dass Bruce Lee auch ein Fan von Cannabis war, ja, Sie haben richtig gehört. Vor den Tagen maßgeschneiderte es waren Genoss Bruce es, ein wenig von dem verrückten Kraut zu konsumieren, und wissen Sie was? Er war über ein Jahrzehnt lang Cannabiskonsument. Wer hätte gedacht, dass hinter dem furchtlosen Kämpfer eine Vorliebe für das Grüne steckte? Bevor er zu einem bekannten Namen in Hollywood wurde, begann Bruce Leys Weg zum Ruhm als Kinderdarsteller in Hongkong. Im zarten Alter von 18 Jahren hatte er bereits in über 20 Filmen die Leinwand geziert. Bruce war von Anfang an für Größe bestimmt. Wussten Sie, dass Bruce Lee und Chuck Norris nicht nur Kumpels waren, sondern Bruce tatsächlich geholfen hat, Chucks Schauspielkarriere anzukurbeln? Stellen Sie sich vor, während seiner Arbeit als Stundkoordinator am Set von Wrecking Crew zog Bruce einige Fäden, um Chuck seinen ersten Schauspieljob zu verschaffen. Obwohl Chucks Moment im Rampenlicht von kurzer Dauer war, er wurde in einer Kampfszene ausgenockt, würde seine Freundschaft mit Bruce noch viele Jahre halten. Bruce Lee war nicht nur ein Meister der Kampfkünste, er war auch ein begehrter Mentor der Elite Hollywoods, Von Größen wie Steve McQueen über Kareem Abdul-Jabbar, James Coburn, Joe Lewis und natürlich Chuck Norris teilte Bruce seine Weisheit und Fähigkeiten mit einem prominenten Kader von Prominenten. Da reden wir mal von einem erstklassigen Ausbildungsteam. Tragischerweise wurde Bruce Lees Leben durch eine allergische Reaktion auf ein Schmerzmittel namens Ikvagesitsch verkürzt, aber selbst im Tod lebte sein Erbe weiter, auf seiner Beerdigung standen Größen wie Steve McQueen, James Coburn und Chuck Norris als Sagträger, um dem Kampfkunsteigen Respekt zu zollen, der so viele Leben berührt hatte. Hier ist eine skurrile Kleinigkeit über Bruce Lee, die sie überraschen könnte, kein Fan des ästhetischen Anblicks von verschwitzten Achselhüllen, ließ sich Bruce tatsächlich die Schweißdrüsen in diesem Bereich entfernen. Das ist mal ein Extremgang im Namen des Stils. Mit gerade einmal 28 Jahren verfasste Bruce Lee ein Set von Gelübden an sich selbst eine Erklärung seiner Ambitionen und Wünsche. In diesen Worten versprach er der erste bestbezahlte orientalische Superstar in den Vereinigten Staaten zu werden, elektrisierende Leistungen und unübertroffene Qualität als Schauspieler zu liefern und wissen Sie was er hat, nicht nur geredet, er hat gehandelt bis 1970 war Bruce zu internationalem Ruhm aufgestiegen und hatte den Reichtum und Erfolg erreicht. Den er sich vorgestellt hatte, das ist ein Beweis für die Kraft der Entschlossenheit und des Selbstglaubens. Aber Bruce's Weg zum Superstar war nicht ohne seine Herausforderungen. 1969 erlebte er einen Tiefpunkt, als ihn eine lähmende Verletzung ans Bett fesselte, geplagt von schweren Muskelkrämpfen und Rückenschmerzen, während dieser Zeit der Not fand Bruce Trost darin, sein berühmtes My Definite Chief Aim zu schreiben, aus den Tiefen der Verzweiflung erwuchs ein erneutes Gefühl von Zweckmäßigkeit ein Antrieb, Hindernisse zu überwinden und nach den Sternen zu greifen. Obwohl Bruce Lee in ein privilegiertes Leben hineingeboren wurde, war seine Kindheit in Hongkong alles andere als idyllisch. Die Stadt befand sich inmitten einer schnellen Transformation, die sich von den Folgen der japanischen Besatzung während Bruce's frühen Jahren erholte, während Hongkong einen massiven Wiederaufbauprozess durchliefen verschärften Einwanderungswellen aus dem Festland wie Probleme von Überbevölkerung und sozialen Umwälzungen. Trotz seines privilegierten Hintergrunds war Bruce kein Fremder für die Herausforderungen einer sich verändernden Welt. In den rauen Straßen von Hongkong hatten Gangsters Sagen und Bruce Lee war kein Mann, der vor einer Auseinandersetzung zurückschreckte. Schon in jungen Jahren geriet er in mehrere Scharmützel, eine Folge der turbulenten Zeiten, in denen er aufwuchs, aber als seine Eltern sahen, dass er sich in zu viele Schlägereien verwickelte, beschlossen sie, dass es Zeit für eine Veränderung war. Martial Arts Training kam ins Spiel, ein kluger Schachzug, um Bruce mit den Fähigkeiten auszustatten. Sich selbst zu verteidigen, vielleicht hätte Wills Mutter aus der Prinz von Bel-Air eine Seite aus ihrem Playbook nehmen können. Mit seinem Ruf für Straßenkämpfe, der ihm vorausging, trafen Bruce's Eltern eine entscheidende Entscheidung. Sie schickten ihn in die Vereinigten Staaten, um seine Ausbildung abzuschließen. Es ging nicht nur um die Akademiker. Es war ein Versuch, ihn von den Gefahren seiner Umgebung fernzuhalten, klingt bekannt, ja, es ist ein bisschen wie die Handlung von der Prinz von Bel-Air, aber mit einem Martial-Art-Dreh. Die Dringlichkeit wurde durch eine beunruhigende Enthüllung verstärkt. Die Polizei verdächtigte einen von Bruce's Gegnern, Verbindungen zu den chinesischen Triaden zu haben, was Bruce in große Gefahr brachte. Der Tod von Bruce Lee schockierte die Welt, aber die Umstände seines Todes bleiben im Dunkeln, offiziell als Tod durch Missgeschick eingestuft. Gibt es Spekulationen und Verschwörungstheorien? Eine solche Theorie besagt, dass er von den chinesischen Triaden ins Visier genommen wurde, eine beunruhigende Möglichkeit, die der Enigma des Todes von Bruce Lee eine weitere Ebene der Intrige hinzufügt. Das oben geschilderte ist eine faszinierende Reise durch das Leben von Bruce Lee, von seiner turbulenten Jugend bis zu den Verschwörungen rund um seinen vorzeitigen Tod. Seine Reise ist ein Zeugnis für die Zähigkeit, Entschlossenheit und die anhaltende Anziehungskraft eines Kampfkunstlegenden. Bleiben Sie dran für weitere interessante Informationen über das Leben der Stars, die Ihnen am Herzen liegen. Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie die Lebensgeschichte von Bruce Lee gehört haben? Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar unter diesem Video, um mit uns zu diskutieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, das Video zu mögen und folgen Sie meinem YouTube-Kanal, um interessante Neuigkeiten über Hollywood-Prominente zu erhalten.